Hallo mein Freund, in diesem Video eine offizielle Information von Ubisoft und eine Ankündigung von mir. Los geht's! Beginnen wir mit der offiziellen Information von Ubisoft. Und zwar wird Ghost Recon Breakpoint ab dem 27. Mai bis zum 31. Mai, also von morgen bis nächste Woche Montag, kostenlos spielbar sein. Also falls du Ghost Recon Breakpoint noch nicht hast, aber gerne mal rein stuppern willst, kannst du das über das Wochenende tun. Nun zu der Ankündigung meinerseits. Ich bin da schon tatsächlich sehr aufgeregt. Ich habe auch lange überlegt, ob ich es überhaupt machen soll. Aber ich habe noch so den ein oder anderen Code für den Ghillie und die M4A1 Survival. Diese Codes habe ich im Delta Company Programm von Ubisoft zur Verfügung gestellt bekommen, um die an euch auszuteilen. Und das werde ich am Freitagnacht tun. Und zwar ungefähr ab 23 Uhr in einem Livestream. Ja, richtig gehört, der erste Livestream seit meiner Spezialisierung auf Ghost Recon. Viele von euch werden den Kanal gar nicht mehr als allgemeinen Let's Play Kanal kennen, weil ich alle anderen Videos auf privat geschaltet habe. Ich habe früher schon öfters live gestreamt, aber jetzt schon ewig nicht mehr und ich bin ultra aufgeregt. Aber ja, kriegen wir schon hin irgendwie. Hoffe ich zumindest. Und ja, da werde ich dann auch so 3-4 Codes für den Ghillie Suit und die M4A1 Survival verteilen. Wie gesagt, am Freitag, 28. Mai, ab ca. 23 Uhr. Also hast du jetzt nochmal einen richtigen Grund, meinen Kanal zu abonnieren. Bin ich mal gespannt, wie viele von euch ich am Freitag begrüßen darf. Und ja, bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.